Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde und BFH-Spieler. Ich bin hier mit meinem National Gunner auf Küstengefecht, heißt die Map glaube ich, ja, Küstengefecht. Und es läuft nicht ganz so flüssig und ihr habt schon gesehen, es gibt eine wunderbare Neuheit, die ich mir auch gleich zugelegt habe. Helikopter. Was für ein Ding. Klingt spannend, in BFH vor allem. Und ja, also ich muss sagen, es macht mir echt viel Spaß. Zumindest ist es auf dieser Map hier, bei Buchenbucht und so, fände ich das nicht so toll, weil da ist irgendwie immer gleich der Heli in Flammen. Ja, dann gibt es noch eine weitere Neuheit, die nennt sich, wie nennt ihr, War Room heißt sie genau. Das habe ich schon fast vergessen. Ähm, und ja, und zwar geht's da um eins. Es gibt, wie immer, die Fraktion Nationals und die Fraktion Royals. Ah, die ist ja scheiß Heli. Na, jetzt hat. Ähm, ja, äh, was machen diese? Die kämpfen gegeneinander, wie immer, allerdings halt nur ganz normal hier so auf dem Server, wie ich jetzt gerade. Ich kämpfe auch gerade in dieser, in diesem War Room. Und wie genau das abläuft, weiß ich nicht, aber man kann gewinnen. Also eine Fraktion kann gewinnen, so eine Runde. Man muss irgendwie auf so einer Weltkarte, oder Europakarte eben, die geht von links von Frankreich bis rechts nach Russland-Röhr durch. Ja, Russland oder Ukraine, ich seh's, ich seh's jetzt nicht vor mir, ich weiß nicht genau. Und, ähm, ja, man kann da eben gewinnen, man kann für sein eigenes Team kämpfen. Und dann kann man halt auch Valor-Points und so gewinnen. Nicht viel, also, meistens sind's nur 5, manchmal sind's 100. Ja, und, aber das Ganze verläuft halt echt tierisch langsam. Also, ihr müsst jetzt nicht denken, oh, ich hab jetzt zwei Runden gespielt, jetzt hab ich hier die halbe Map erobert. Nee, so ist es noch nicht ganz. Komm, du gehörst mir. Ja, Mann. Jetzt muss ich hier aber mal schnell wieder reparieren. Und ja, ähm, nochmal auf den Heli zurück. Es ist eine geile Sache, allerdings, es hat ein paar Nachteile. Man ist mit dem Heli halt, oh, scheiße, sau langsam. Beziehungsweise, er ist schon wendig und so, das ist gar nicht das Problem. Moment, ich mach mir mal kurz wieder einen. Ah ja, was ich auch noch sagen wollte, hier. Ich habe eine so gehasste Laserkanone. Nicht nur die, sondern auch mein Royal Gunner hat die jetzt halt auch. Weil ich die eigentlich gar nicht so overpowered find, aber... Die schießt halt schnell und mit Sperrfeuer ist es eben ein super Ding. Ja, ähm, jetzt, was soll ich gerade nochmal sagen? Äh, Heli. Ja, er ist halt sehr wendig und... Wendig, bla bla bla. Aber ihr seht, er ist nicht unbedingt so schnell. Also, eher so schnell wie ein Auto oder so. Ist jetzt einer drinnen? Nein. Ähm, und das Blöde ist halt auch, er hat kein richtiges Dauerfeuer wie der... Äh, wie das Flugzeug, sondern er hat... Ihr seht es unten rechts, ein Magazin. Das hat 100 Kugeln und... Ja, halt, man muss immer nachladen. Es ist halt echt ein bisschen nervig. Zum Beispiel jetzt, wie wenn ich so an einem Gegner so nah dran bin und... Nein! Trefft mich nicht. Ich muss genau über ihn. Ich will jetzt nicht rausspringen. Scheiße. Und ich kann mit R auch nicht nachladen. Ihr hört es vielleicht, ich hämmer gerade auf die Tastatur auf R. Oh, danke. Punkte, gratis Punkte. Sondern ich muss eben das Magazin komplett leerballern und erst dann... Scheiße. Und erst dann lädt das Ding hier von automatisch nach. Ich hab... Ja, ist ja... Jetzt wollte ich gerade rausspringen. Ich hab den Helikopter nicht nur für die Nationals, sondern auch für meinen Royal Gunner. Was für ein Ding. Den muss ich unbedingt gleich kaufen. Ich hab ihn ja erst für 929 Pfund für einen Tag ausgeliehen. War zu was von überzeugt mit dem Ding. Und ja, dann hab ich's mir eben auch gleich hier für den geholt. So, und jetzt seht ihr... Was macht denn der? Ah, ich mach mal hier Schwerfeuer. Wow. Wow. Man stürzt auch genau auf mich ab. Dann spiel ich auch noch mit meiner heißgeliebten Pirate Pistol. Die ja eigentlich auch voll runtergepatcht wurde. Aber ich wollte sie einfach mal wieder mit ihr spielen. Nein, bitte überfahr mich nicht. Wo ist denn jetzt der Helikopter? Ja, also im Großen und Ganzen sind die Helikopter schon eine super Sache. Vor allem, weil man jetzt auch mal so ein bisschen in der Luft campen kann. Ah, ich kann nicht auf meine Laserwaffe wechseln jetzt halt. Weil man in der Luft eben auch mal so ein bisschen campen kann, ist das echt nicht schlecht. Komm, komm, komm. Ja, da seht ihr eigentlich mal, wie overpowered hier Lasermaschinengewehr ist. Nämlich so gut wie gar nicht auf die Distanz. Ja, ähm, was gibt's denn eigentlich Neues zu sagen sonst? War Room hab ich erzählt, das hab ich erzählt. Sonst eigentlich nix. Meine Lippe tut ein bisschen weh. Aua, hab ich mir der Drift gebissen. Naja, also dann würde ich mal sagen, wir haben ja gerade nix zu tun. Fliegen wir. Und es hört an, wie es hier ist. Kann das sein? Ja, wow. Alter. Ja, was halt auch geil an einem Heli ist. Ich kann, warte, ich zeig's euch. Ich muss jetzt hier mal nur mein Magazin schnell leer feuern. Das ist auch sau schnell leer, muss ich sagen. Wow. Ist ja einer von Gegnern? Ne, also was ich noch sagen wollte, man kann eben sauweit Entfernung schießen, von sauweiter Entfernung und kann immer noch treffen. Wer schießt mich ab? Zum Beispiel hier das Flugzeug, ich bin eigentlich relativ weit weg. Kann aber trotzdem noch extremen Schaden machen. Und ja, ich muss gleich niesen, kann aber nicht. Da ist ein Gegner. Nein, er ist auch von uns. Die ist ja scheiß Raketen da. Schießt noch einen anderen ab. So, jetzt komm, 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 komm. Den hab ich. Der gehört mir, der auch. Gegen Infanterie ist dieses Teil vor allem sehr gut, muss ich sagen. Aber jetzt müssen wir halt irgendwie da ein bisschen zurückfliegen. Und ich hab halt dafür null Übersicht, weil ich nur nach oben schauen kann. Ah, so geht's eigentlich. Flugzeug? Ne. So, guck, da hinten, den kann ich sogar noch treffen. Und gar nicht so schlecht, also. Oder das Flugzeug hier, das hol ich mir jetzt mal. Nein, nachladen. Das ist die ultimative Anti-Flugzeug-Waffe. Ja, mein Last Kill mit dem Heli-Doppel-Flugzeug. Gegen Flugzeug. Ja, ähm, also, ihr könnt mir einen Kommentar hinterlassen. Ah, was findet ihr von diesem War Room da? Ja, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich schon selber. Schreibt mir einfach mal eure Meinung, wie ihr es findet, ob ihr es toll findet, je nachdem. Und dann noch B, zu dem Helikopter, die ganze Geschichte. Ich fürchte, es wird halt demnächst echt ein bisschen viel Helis am Himmel geben. Aber, hier seht ihr übrigens diese Karte. Aber die ist halt auch, äh, ja, ein bisschen eine Erleichterung, will ich mal sagen. Schlecht ist es nicht. Gut. Also, bis dann, Leute. Ciao. Schreibt mir einen Kommentar. Daumen hoch. Und freut euch. Also, bis dann. Ciao.